Oh scheiße, hier ist ja einer. Hilfe Leute. Hast du Flash? Ja. Oh shit. Oh mein Gott, du bist so ein Arsch. Versteh ich dich, ich will raus. Ich hab verloren auf der Toffel. Gegen wen? Gegen Minutes. Hast du jetzt wirklich gegen Minutes verloren? Ja. Die sind so stark. Ah Junge. Ich hab die Minutes einfach aufgebracht, Junge.